Moin uns und Mädels, ich bin's, euer Fluffyzort und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von New Super Mario Bros. Wii. So Leute, es kann endlich weitergehen. Ich habe euch noch gar nicht bereits informiert, dass ich mir ein Wii Remote, also ich war neulich bei MediaMarkt wieder gewesen und ich wollte mal nachschauen, ob die überhaupt wirklich noch eine Wii-Fan-Bedienung haben oder so. Und ich hatte mir von Konix, so heißt die Marke, sieht so ähnlich aus wie die Wii-Fan-Bedienung. Ich habe mal ein Bild davon gemacht, könnte ich euch mal zeigen und es sieht anders designed aus, aber man kann mit dem Controller zocken, auch auf der Wii U kann man mit dem Controller zocken und aber ich habe, also was ich gerade benutze, ist halt nur die Wii-Fan-Bedienung. Ich habe noch diesen Nunchuck oder wie der heißt, gehört auch dazu, aber ja, ich kann halt mit dem, also mit dem Controller reicht mir das schon aus. Und Leute, ich glaube, ihr habt das vermisst, also einige haben das bestimmt vermisst. Ich kann auf jeden Fall ohne Probleme weitermachen, wenn das, ich will hoffen, also dass der Controller mich jetzt nicht ärgern wird, ja. Aber was ich nicht zweifeln werde und Leute, ich kann endlich weitermachen, wir werden weiter mit dem Geisthaus machen. Ich musste von Welt 3 Level 1 von Welt 3 Level 1 von neu anfangen, weil ich ja einen kleinen Fail hatte, so wegen Zwischenspeichern und tut mir leid, falls ich gerade so ein bisschen etwas nuschel oder irgendwas so hin mich labere. Ich habe irgendwie zu wenig Wasser getrunken, tut mir leid. So, dann starten wir jetzt durch mit dem Geisterhaus, wo wir letztes Mal, ja, das Level hatten wir schon letztes Mal bereits angezockt. Falls diejenigen sich noch erinnern, so Leute, okay, dann machen wir das jetzt mal auf 100%. So, okay, die Geisterhaus-Levels sind immer, naja, da kann man nie sicher sein, ne. So, okay, ah, die erste Starcoin, gut, ja, einige Türen kann man nicht benutzen, das ist eine Verarsche, also manche Türen. So, was ist denn da? Okay, auch eine Verarsche. So, aber ich glaube, der Weg bringt uns dann weiter. Können wir mal gucken. So, da oben ist nichts mehr, okay. Gut, wie gesagt, die bringt uns weiter. Okay, so, ich habe noch im Hinterkopf, da muss ja hier, ist das, oder ne, doch nicht. Alles klar, das sind nur Münzen gewesen. Gut. Ich werde mir, denke ich mal, noch schnell gleich, äh, ja, eine Flasche Wasser nehmen. Also, ich habe echt so wenig Wasser getrunken, tut mir leid. Also, man merkt selber, glaube ich, dass mein Hals heiser wird. Verdammt, was mache ich da? Ja, es ist gerade wirklich unpassend, Leute, dass mein Hals heiser ist. Tut mir leid. Ich sehe schon die Dislikes. Okay, Leute, ähm... Wie man vielleicht sehen kann, habe ich, äh, gerade im Moment 44 Leben. Äh, ja, ich war ja, ähm, wie gesagt, ich musste ja von Level 3, Level 1 von neu anfangen. Und da hatte ich schon ein paar Fails gehabt. Ich hatte, äh, 51 Leben gehabt am Anfang. Boah, der Boku fuckt ab. Komm her. Komm her. Ich weiß gerade nicht, ob da irgendwo ein Secret Exit gibt, ähm, aber ich vermute mal nicht. Ich weiß nicht, ob man da irgendwo unten gleich, ob da vielleicht unten ein Weg ist oder so. Ich weiß auch nicht. Ein geheimer Weg könnte ja sein, ne? Aber, naja, komm, Leute, bevor ich sterbe oder so, lass mal. Mein Gott, ey, das ist doch Abfuck. Ja. Nein. Mann. Ja, als ob der Weg... Wartet mal. Ich glaube, ich muss da wirklich runter. Vielleicht ist da eine Röhre oder so, die vielleicht zu Starcoin oder so führt. Ich weiß es nicht. So, Leute. Ich gehe jetzt mal gucken. Unter der Plattform muss doch... Ja, okay. Ich wusste es, Leute. Da muss doch was gewesen sein. Okay. So, okay, ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob da... Ob der Weg mich jetzt zum Secret Exit führt oder so. Habe ich echt keine Ahnung. Also, das ist schon echt was her. Das werden wir sehen, Leute. Ob der Weg... Also... Ach, du Scheiße. Diese Buchus hier, ne? Die sind aber richtig vollzählig hier. Scheiße. Okay. Ihr macht mir echt Angst. Geht mir bloß vom Leib. Ach, du Scheiße. Okay, jetzt wird es noch schlimmer. Fuck. Ich bin klein, Leute. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Was soll ich da machen? Ich bin einfach am Arsch. So, Leute. Jetzt machen wir das wieder neu. Erneut. Zack. So. Jetzt bin ich zum Glück nicht mehr klein. Aber trotzdem. Mit der Feuerblume kann ich eigentlich nichts anfangen mit denen. Verdammt. Also... Ja... Ich muss aufpassen. Verdammt. Das ist hier echt gefährlich. Alter. Verdammt. Ja, besonders... Also, wenn die Plattform plötzlich schnell runter geht, da habe ich immer Panik. Verdammt. Aber das passt so zum Geisterhaus. Muss man sagen. So, dass... Ja, dass man Angst haben muss, ne? Aber, warte mal. Irgendwo da... Ich weiß nicht, aber vielleicht ist da... Ja! Da ist eine Starcoin gewesen, als ob ich das gerochen hätte. Als ob ich das gerochen hätte, ey. WTF. Okay, da muss... Komm, gib her. Da muss... Da muss ein Starcoin sein. Oder... Ja. Ich dachte, da wäre... Äh... Ein Stern gewesen. Verdammt. Okay. So, Leute. Wir haben die dritte Starcoin. Das ist nicht... Aber... Irgendwie habe ich das gerochen, ne? Schon. Gut. Leute, da müssen wir jetzt noch den normalen Exit... Äh... Äh... Den normalen Ende machen und... So. So. Okay, Leute. Jetzt machen wir das normale Ende. Und... Alles klar. Hey, hey. Ihr Buchus. Ihr wollt mir ja nur flachsen, ey. Ist klar. Gut. Gut. So. Okay, Leute. Jetzt... Können wir das... Endlich hier erledigen. Das Level. So. Und... Zack. So. Der Buhu musste noch... Frecken. So muss das sein. Gut, Leute. Dann... Machen wir weiter... Mit dem Tower. Wie es aussieht. Let's go. Komm. Schnell, Mario. So, den... Äh... Die... Äh... Kanone oder... Ja. Können wir vielleicht noch nutzen. Schnell. Bevor wir den Tower anfangen. So. So. Ich weiß jetzt nicht, wo die mich jetzt hinführen wird. Aber... Ihr seht ja... Ganz... Dick. Also... Welt 6. Und... Komm. Ganz groß gestiegen. So. Bam. Okay. Hasta la vista. Gut. Okay. Ja. Wir müssen erstmal Welt 5 abschließen. Bevor wir hier anfangen. Ne. Wir wollen ja nicht hier direkt überspringen. So aber nicht. Okay. Ja. Können wir schon mal machen. Egal. So. Gut. Auf 2. Drücken wir jetzt. Oder... Ah. Jetzt. Okay. Ne. Warte. Ne, 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 ne. Wir waren noch bei Welt 3. Oder nicht? Ach. Stimmt. Äh. Bei Welt 3 sind wir stehen geblieben. Natürlich. Na toll. Schnell weg. Nein. Ah. Okay. Jetzt müssen wir leider gegen die Eisbrüder kämpfen. Was natürlich nicht notwendig sein sollte. Aber okay. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Junge, die Zeit geht mir davon. Meine Fresse, Mario. Was machst du da? Okay. So. Ein bisschen etwas auffüllen. Mein Inventar. Könnte nicht schaden. Weil ich habe ein bisschen etwas verbraucht. Letzte Zeit. Also ist schon... Ja, kann ich dir mal ganz kurz zeigen. Aber ich habe jetzt nicht so wenig mein Inventar. Ihr seht. Ja. Also. Ja. Da ist für jeden was dabei. Ne. Also fast. Gut, Leute. Dann widmen wir uns jetzt mit dem Tower. Und... Okay, Leute. Let's go. So, Leute. Okay. Dann wollen wir mal sehen, wie das hier laufen wird. Ob das Level schwierig aussehen wird. Oder... Das wird sich ja noch zeigen, ob da Feinde gibt, die ja auch richtig abfacken. So. Okay. Ich freue mich schon auf Lemmy. Der wartet schon ungeduldig auf uns, glaube ich. Der kleine Knurps. Und ich... Ich komme hier überhaupt nicht voran, wie ihr seht, Leute. Was ist hier los? Komm. Das muss ja nicht viel verlangt sein. So, aber... Wie... Wie das aussieht... Wartet mal. Da muss doch hier irgendwo eine Starcoin sein. Oder? Komm. Meine Spülnase ist... Ah. Fuck. Komm. Im richtigen Moment muss ich sprengen. Im richtigen Moment. Okay. So. Let's see it. Let's find out. Okay. Da ist schon die erste. Glaube ich. So. Okay. Ähm... Das sieht schon gefährlich aus, aber... Ich komme dran. Okay. Kein Problem. So. Ich denke mal, man sollte besser oben gehen. Dann ist man sicherer. Verdammt. Okay. So. Ich werde ja, ähm... Also ich werde noch dieses Level machen. Also ich werde noch zwei Levels machen. Ich habe ja schon... Euch ja so gesagt oder erzählt oder... Ja, mitgeteilt, dass ich immer drei Levels machen werde. Und ein Part. So, ich denke mal, das reicht aus. Ich denke mal, ihr seid zufrieden. Wenn ich jetzt mehrere Levels mache... Also ich muss schon auf die Minuten achten, ne? Ähm... Darf ja nicht so lange aufnehmen. Das ist... Also... Ja. Sollte schon so... Bis 15 Minuten oder... Oder bis 20, ne? Reicht schon aus. Manche machen schon so über halbe Stunde und... Das ist ja schon das Doppelte, ne? Also wenn man jetzt ein Part aufnehmen würde. Dann hat man da ein Part... Also es ist schon zwei Parts eigentlich hinter sich schon so. Wieso aktiviere ich nicht diesen Pau-Knopf? Pau-Block. So. Ähm... Ach... Ja! Man muss aufpassen wegen die Blöcke, weil... Die... Die kann... Es kann sein, dass man dadurch zerquetscht wird, ne? Ist halt logisch. So. Okay, Leute. Ich denke mal, bis da bin ich tief weit gekommen. So. Okay. Jetzt kommen die Stachel, ähm... Ja, die Spike... Balls... Oder wie auch immer die heißen. Ah... Okay. Nein! Ich bin doof! Ich hätte den nicht... Ach du Scheiße! Ich bin so ein Schusse. Ach man. Ja, ich hätte das nicht direkt aktivieren sollen, weil... Ach... Ich bin ein absoluter Schusse. Ich bin ein absoluter Schusse. Ach... Ach... Meine Fresse, Leute. Echt. Das ist doch... Nicht wahr. Okay. Ja, aus Feenern nennt man, ne? Wissen wir alle. Scheiße. Jetzt war Kacke hier voll. Gut. Dann machen wir nochmal den Boss. Also, ja... Dann ziehen wir es jetzt einfach durch. Egal. Come on. Ja, schön nicht zu sehen, Nami, ne? Ich freue mich endlich mal gegen dich zu kämpfen. So. Okay. Der mit seinen Bällen... Er hat ja nichts anderes zu tun. Ach shit. Ich glaube, gleich kommen Riesenbälle, oder? Kann das sein? Scheiße. Oder... Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der schießt jetzt nur mit, äh... Keinen Bällen. Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Schafft. So, Leute. Dann cutte ich mal jetzt bis zur Stelle. Also, äh... Dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, ne? Okay. Okay. So, Leute. Endlich. Es ist wirklich tricky, aber... Man kriegt die Starcoin irgendwie. Also... Ich hab's endlich geschafft. So. So, jetzt würde ich mir keinen Tod mehr erlauben. Bitte. Verdammt, ey. Was mach ich denn da? Ja. Boah. Was ist mit dem... Ich hasse diesen Controller, ne? So. Okay. Let's do it again. Okay. Na? Alles klar? So. Jetzt machen wir dich nochmal fertig. Mein Freundchen. So. Kann man denn nicht irgendwie mit der Eisblume töten, oder? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub mit der Feuerblume geht das eher. Also, dass man sie eben ein bisschen so, äh, ja. Dass man ihn damit töten kann. Ich laber gar scheiße. Ich laber gar scheiße. Mit heiße Tant. Ja. Was mach ich denn da? Komm. Noch mehr, Alter. Was willst du denn? Du kleiner Knirps. Scheiße. Okay. Nein. Ich bin... Ich bin ein Dussel. Ich bin ein Dussel. Ach komm, hör mir auf. Echt. Das kann doch nicht wahr sein. Ach du Scheiße. Ich hätte... Ich hätte richtig zuschlagen sein. Verdammt. Ja. Alles klar. Mach weiter. Alles klar. Gut. Naja, wir sehen uns ja noch im Castle wieder, also ist ja nicht das erste Mal. Also das letzte Mal. Gut. Bin mal gespannt. So. Okay. Ach, mit diesen Schaltern. Ja, hab ich jetzt nicht so im Hinterkopf, wie das jetzt geht. Aber mal schauen, Leute, wie das hier laufen wird. Ich denke mal, ich werde dieses Level nur anspielen. Ähm, ja. Mal schauen, Leute, wie das läuft. Kommt drauf an, wenn das jetzt nicht so lange dauert. Ah, ich kann jetzt nicht alle direkt zerstören, ne? So, mein Bruder kommt gleich, glaub ich. Nervt mich bitte nicht, Lukas. Ich nehm grad auf. Scheiße. Der fehlt noch, Leute. Der fehlt noch. Das ist doch scheiße. Nein. 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 Ja, ist klar. Fick dich. Ist klar, ey. Mein Gott, er macht mich das Spiel fertig, ey. Ich will einfach aufhören, Leute, ey. Tut mir leid. Tut mir leid, Leute, ich mach noch einen Versuch. Also, ich merke grad, dass ich irgendwie Kopfschmerzen hab. Tut mir leid, aber echt. Irgendwie hab ich zu viel gezockt. Ich weiß nicht. Hat da echt viel Fels, grad. Das ist ja ein Mist. Mein Gott. Ja. Hey. Ja, okay. Okay, Leute. Ich hör jetzt mal den Part auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und haut rein. G J J J J J Was?